Ja, wenn ich das letzte 2.0 war jetzt gefressen. Alter, Junge, es juckt sie halt einfach nicht. Es juckt sie nicht. Alter, Junge. Alter, ich hab dir Riven, ich hab dir einen Kill gegeben, ne? EIN. Das reicht einfach. Ich glaub, das ist nicht an dem Kill. Das liegt am Chalm. Ja, ne, weißt du, ist halt das wumsch. Ich hab dir jetzt wirklich kein Feed gegeben in dem Sinne, ne? Ja, lass dich ja dran, dass sie so am Tryharden ist. Nein, sie spielt auch übel gut. Man muss dazu sagen, ich spiel auch übel scheiße, aber sie spielt wirklich gut. Ah, ärgerlich. Knappe Sache. Leute, man hört die Backport-Animation von den Gegnern, wenn die im Bus stehen. Nein. Doch, ich hab die gehört gerade. War das ein Wack. Das soll eigentlich nicht so sein, oder? Na klar soll das nicht so sein. Deswegen hab ich mich da gerade auch so gewundert. So, hier sehen Sie ein Tutorial. How to miss every farm in ne komplette Reihenfolge. Oh, ne, doch nicht. Nur 82. 80. Kann direkt rausrennen. Ich hab mir wirklich... Guck mal. Paul. Die holt mich jetzt einfach. Die kann mich... Nein. Boah, hab ich eigentlich Glück. Ach nein, ich hätte gerade so knapp ihren Flash fast gekippt. Oh nein, das kann die Wahrheit sein. Jetzt ist er kaputt. Ich kann jetzt versuchen, meinen Scheiß-Tier-2-Torrel zu treffen, sonst kann ich was vergessen. Okay, ich glaube, das ist ein Harder-Lewis-Wack-Wack-Wack-Wack-Wack-Wack-Wack-Wack-Wack. Ja, die sind auch alle übertrieben gut. Die sind wackermes Maffen. Never ever ist das Ziel, du. Also sag mal so, wir müssten niedriger Silberbereich spielen. Das ist das auf jeden Fall nicht. Die Riven ist unranked. Die könnte alles sein. Ist halt irgendwie so eine Sache. Die Riven ist halt wirklich mega gut. Also, vielleicht bin ich auch einfach gerade so kacke. Aber ich finde sie halt gerade echt mega gut. Oh. Ja, nice, guck mal. Alter, was willst du eigentlich? Was, Alter, ganz ehrlich? Guck mal, wie ist sie nicht interessiert einfach? Toll. Oh Gott, du hast gerade richtig verschissen fast. Ja, das war eine ziemlich knappe Sache. Aber guck mal, die hat mich einfach um den Tower gefeilt. Und es juckt sie nicht. Es juckt sie einfach in Dreck. Und ich habe noch nicht mal so offensive Items gekauft. Ich kaufe sogar gerade Full Tank. Wer hat meinen Red genommen auch? Der so, Brand hat jetzt indirekt den Blue gekriegt von dir. Also passt das, denke ich mal. Kann er schon wieder auf den Weg, Bot-Lane? Irgendwann ein paar Mal mehr. Ich weiß nicht, wie aktiv die Leute so sind. Ich weiß nicht, ob das noch... Oh ja, nein. Ach maaaannn. Wie es auch schon zu viel ist. Der ist voll geil gekommen, als er die Unti gecancelt hätte. Und jetzt kommt auch schon wieder Top-Lane. Okay. Ich nehme das Spiel schon wieder zu ernst. Das macht mir schon wieder keinen Spaß mehr, ey. Das ist schon schlimm, ne? Ja, das ist bei Lolli-Bit scheiße. Wenn du es zu ernst nimmst, macht es echt keinen Spaß. Also ich denke es nicht halt echt so. Ne, ich bin ein Huren und so. Und ich pushe nicht. Ich nehme halt noch mehr auf den Sack, als ich mir noch hin schon auf den Sack gehe. Ich komme. Ja, und ich sterbe? Alter, ich kann nicht weggehen. Ich gucke sie nicht, guck mal. Ich gucke sie echt nicht. Geht. Diggaal. Ich habe selten ein Game gesehen, das so crazy am losen war. Hm. Genau, wir haben es nicht vor allem gespielt. Blö, ich bin hier einfach weg eliminiert, oder? Ja, gut, ich meine. Alter, das ist halt echt ein richtig hartes GG. Ja. Ich denke, aber wie die alle am Flamen sind, ne? Das ist einfach so zu sehen. Was soll ich sagen? Die habe ich mir abgewöhnt. Ich hoffe es einfach nicht. Einfach vor allem nicht mehr im Scheiß Ding ins Chat. Weil einfach nur, das bringt nichts. Das macht deine Mates nur noch schlechter, weil die dann nur hundmotiviert sind. Weißt du, da kommt der Tilt noch dazu. Ich muss jetzt ein bisschen vom Puschen abhalten. Ich muss den versuchen. Okay, wie? Das ist es halt. Ja, warum die denn so viele Kills her? Ich gehe schon full Tank und es juckt's ja. Loll. Ja genau, er springt einfach genau in dem Moment. Vorsicht, wir sind, wir werden gewegsteppt. Wir werden jetzt sowieso der Shit schlechthin, Alter. Irgendwann was für Items die hat, Alter. Ohne Scheiß, schnocker wieder Zwölfjährige im Chat, ey. Guck mal. Sie Riven macht einfach den Turnaround und hätte dabei einen Killnapple rausgekriegt, ne? Das ist einfach geistig weggetreten. Was willst denn du jetzt, Alter? Wo? Wo? Loll. Wird ich so hart tot hocken? Nein, ich will nicht. Vielleicht würde ich die Jinx wahrscheinlich nur machen, aber das ist auch die einzige. Äh, Jinx? Ich komm mal mit mir nirgendswohan, weil ich konnte kein Dingens, kein, kein gescheites Item kaufen, einfach weil ich direkt auf den Sack gekriegt hab des Jahrhunderts. Himmelarschen. Also mal, du sollst mit Atrax die Laning Phase voll gewinnen, aber das kannst du ja vollknicken, diese KG. Nee, Riven ist noch mehr im Early. Riven ist im Early richtig krank. Ja, Riven ist auch im Late richtig krank. Wann ist Reven nicht krank? Ja, weil die mal immer gefeedert sind. Was? Ich bin drüber gesche... Ey, jetzt mal mal ernst, ich war dahinter. Ja, das zählt scheinbar nicht jetzt drüber. Physik ist nicht League of Legends Stärke, hab ich gerade festgestellt. Ja, Programmierung ist nicht League of Legends Stärke. Rito, please. Weißt du noch, das war doch im Dingens-Channel da verboten. Ja. In Reddit-Thread darf man nicht Rito, please try. Das geht nicht. Das ist nicht legit. Kannst du wenigstens ein bisschen farmlosen? Nö. Oh, da bist du ein... Tu, als Nö. An enemy is Legendary. Lelde. Na hier? Was geht ab? What the fuck? Es ist shit. Lol, Alter. Ich strene das mal. Ja, das ist einfach useless. Ja, wir machen halt echt jetzt nichts mehr. Das ist halt wirklich GG. Nautilus ist eh seit 15 Jahren AFK. Ach ja, deswegen surrendern wir jetzt auch nicht, weil Nautilus AFK ist. GG. Okay, guck mal kurz drauf geguckt, was ist das? Oh, er ist wieder da. Wahrscheinlich, guck mal kurz drauf geguckt, was da abgeht. Vielleicht können wir Doppel-Explosion. Oh, krasser Scheiß. Komm, das war's voll, das war das ganze Game wert. Nein. Raus. Leute, das war der Inbegriff eines Scheiß-Games. Also echt jetzt. Nicht so ein bisschen, aber hart. Ja, aber Paul und ich haben uns relativ gut angewöhnt, nicht so hart zu flamen, dass es irgendwie kritisch wird. Ja, wir sind schon krasse Leute. Ja, haut rein. Tschüssi. Gääh.